hallo bei bestem flugwetter geht es heute nach michelstadt einen espresso trinken wir werden etwas seitenwind haben bei start und landung hinflug mit gegenwind rückflug mit rückenwind das kriegen wir hin viel spaß ah jetzt verteilen sich meine kotztüten auf den boden ah toll und die solopapa verlässt die plattform in Richtung süden bis später mani langen informationen gude dk india solopapa dk india solopapa gude dk india solopapa 1 152 eine person von aschaffenburg nach michelstadt gerade südlich von aschaffenburg erpäte informationen möglich dk india solopapa squawk 4450 qnh 1018 dk india solopapa squawk 4450 qnh 1018 dk india solopapa äh bitte verlassen der frequenz kurz vor michelstadt dk india solopapa squawk 7000 tschau dk india solopapa squawk 7000 tschau michelstadt info gude dk india solopapa dk india solopapa michelstadt hallo hallo die dk india solopapa der snr 152 eine person aus aschaffenburg findet mich von platz zur landung bitte dk india solopapa verstanden wir haben die piste 08 im betrieb und einen weiteren flieger in der platzrunde dk india solopapa zu 08 und noch ein flieger in der platzrunde ich halte ausschau dk india solopapa dk india solopapa Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die DTR startet 08. Guten Flughaf, bis gleich. Ja, dir auch, bis gleich. DTR startet 08. 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 08. Danke. DTR startet 08. DTR startet 08. DTR startet 08. DTR startet 08. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.